Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Blog. Heute machen wir ein Ganzkörper-Zirkelpuffer. Bevor wir mit dem Workout starten, möchte ich dir unsere Übungen vorstellen. Wir haben sechs Übungen. Erste Übung, Kniebeuge. Hände hinter den Kopf, Schultern hinten unten und wir gehen in die Kniebeuge-Position. Dabei darauf achten, dass wir die physiologische Lenden in der Dose einhalten. Nächste Übung, Vorwärtsstütz. Hände sind gestreckt. Wir ziehen die Knie an und stabilisieren. Nächste Übung, Bauchlager. Diagonales Arm und Bein heben. Nächste Übung, Diagonalcrunch mit diagonalem Anheben der Beine. Wir führen die Knie Richtung Ellbogen. Die Schulterblätter verlassen dabei den Boden. Fünfte Übung. Wir gehen in die Schlitzposition, stabilisieren die Schulterblätter und führen ein Bein nach oben und gehen in die maximale Hüftextension. Das heißt auch hier, das Gesäß maximal aktivieren. In der Endposition kurz halten und dann wieder auflosen. Sechste und letzte Übung. Wieder ein Diagonalcrunch. Ein Bein anziehen, ein Bein bleibt gestreckt. Wir führen die Hände am Knie vorbei. Schulterblätter verlassen den Boden. Okay, let's go. Wir führen die Hände am Knie vorbei. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020